Musik So etwas wie jetzt hat wohl noch keiner von uns erlebt und wir können dafür beten, dass das auch eine Einmaligkeit bleibt. Aber das sind Herausforderungen, denen wir uns auch stellen müssen und auch stellen können, denn der große Gott hat uns viel Kraft geschenkt bisher und er wird uns auch weiterhin versorgen mit allem, was dazu notwendig ist. Jetzt sieht Gemeinde ein wenig anders aus, aber ihr Lieben, es bleibt die Gemeinde des Herrn und da lasst uns deswegen zusammenstehen und lasst uns auch schon freuen auf den Moment, wo wir wieder in unsere Gemeinde gehen können. Und ich bin sicher, ihr Lieben, es bewegt mich auch jetzt, ich bin sicher, dass das Bewegung auslösen wird, wenn wir dann wieder das erste Mal mit unseren Brüdern und Schwestern heiliges Abendmahl feiern können. Alles, ihr Lieben, hat dann auch seinen Sinn und wir werden auch hingelingt durch Zu- und Umstände, aber auch durch die bewahrende Hand unseres ewigen Gottes, dass er uns das schenkt, was wichtig ist und uns immer auch auf das lenkt, was zu unserer Zeit, zur Ausreife unserer Seelen notwendig ist. Ja, ich habe mich so ein bisschen mit diesem 73. Psalm beschäftigt, der von dem Psalmisten, dem Asafs, stammt. Ja, der lebte wohl auch so in etwa in der Zeit des Königs Davids, von dem wir ja auch eine Menge Psalm haben. Ja, ich finde das ganz interessant, die Verhältnisse, die sind natürlich mit den heutigen nicht vergleichbar. Aber doch gibt es so ein paar Schlussfolgerungen, ihr Lieben, die ich ganz gut finde und die sich da sehr auf meine Seele gelegt haben, auch für unsere Situation heute. Naja, der Asafs, der lebte da so in einer Zeit, wo es den anderen gut ging, wo sie ihr Auskommen hatten, offensichtlich auch im Frieden lebten, ja, wo sie auch nicht nach Gott fragten. Sie hatten das nicht nötig, die Menschen, was sollte uns der schon jetzt noch bieten oder ergänzen, uns geht es doch gut. Naja, und da fand nun der Asafs, der fand so ein paar prägende Worte auch dafür, ihr Lieben. Und am Ende des Tages, da hat er dann bei allen inneren Widerständen, weil es ihm eben nicht so gut ging, obwohl er ja gottgläubig war, obwohl er sein Leben nach dem Willen Gottes eingerichtet hat, ja, da hat er dann auch so seine Zweifel gehabt, aber er machte etwas entscheidend Richtiges. Er ging in den Tempel. Das war schon mal ganz entscheidend Richtiges. Er suchte die Nähe zu Gott. Und ihr Lieben, das tun wir natürlich heute auch auf eine bestimmte Art und Weise und wir kennen es natürlich auch aus unserem Leben heraus. Ihr Lieben alle, er konnte dann letztlich sagen, wir kennen das auch, dieses besondere Wort, dennoch bleibe ich stets an dir. Ja, man hätte vielleicht auch in diesem Moment sagen können oder die Auffassung haben können in der Situation des Asafs, sag mal, ich habe doch immer nach deinem Willen gelebt, das muss doch irgendwie sich auch mal auszahlen, das muss doch mal eine Belohnung haben. Irgendwie muss ich das doch dadurch darstellen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen besser gestellt bin als die vielen Menschen, die überhaupt nicht nach dir fragen. Und im weiteren Verlauf dieses Psalms, da erlebt der Psalmist, dass der große Gott da seine Lebensverhältnisse überhaupt nicht ändert. Er verändert den Blick, die Blickrichtung auf das, was er hat. Das verändert der große Gott. Es geht da nicht daraus hervor, dass er nachher im Wohlstand und im Reichtum lebt und die anderen alle arm sind, die nicht nach Gott fragen, überhaupt nicht. Aber er schenkt der große Gott diesem Psalmisten einen anderen Blick. Die Blickrichtung, die wird eine andere. Und die wird dadurch eine andere, weil er sich zu Gott hält. Ich finde es ganz schön, wie es dann hier heißt, in diesem Bekenntnis des Psalmisten, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ja, das hat schon sehr viel auszusagen, ihr Lieben. Wenn man so sagt, ich lege meine rechte Hand in deine Hand, dann heißt das so, ich übergebe eigentlich mein ganzes Leben in deine Hand, in deine göttliche Führung, in deinen Willen. Ich gebe meine rechte Hand. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, heißt, alles sei dir anheimgestellt. Das heißt nicht, dass man dann auch immer Antworten auf alle Fragestellungen des Lebens bekommt. Überhaupt nicht. Es drückt nur aus, ich vertraue dir. Du führst mich. Ich verstehe vielleicht auch nicht alles, aber ich bleibe bei dir. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann heißt es noch, zwei Halbsätze weiter, Und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und das ist so ein Ausblick auf das ganze Leben, ihr Lieben. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das ist eben auch eine Übergabe der Seele, eine Übergabe des Vertrauens, lebenslang, ihr Lieben. Und sehen wir da nicht auch Parallelen für uns? Wir brauchen nicht Antworten auf alle unsere Fragen bekommen, ihr Lieben. Es ist immer wieder schön, was der Herr Jesus gesagt hat für den Moment. Ich erwähne das auch hin und wieder im Gottesdienst. Was der Herr Jesus gesagt hat für den Moment, wenn er kommt. Da sagt er einmal, dann, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann wird Klarheit da sein. Dann werden wir keine Fragen mehr haben. Aber, ihr Lieben, es ist notwendig, dass wir unsere rechte Hand, dass wir unser Leben in die Hand Gottes legen und auf ihn vertrauen. Und dann heißt es hier so schön weiter in unserem Bibelwort, Und meine Zuversicht setze ich auf Gott, den Herrn. Die Zuversicht setze ich auf Gott, den Herrn. Ich finde dieses Wort Zuversicht in diesem Zusammenhang so schön. Da steht nicht nur, naja, ich versuche mal auch an dich zu glauben, sondern Zuversicht, das ist ein starker Ausdruck, ihr Lieben. Das ist nicht nur eine Chance oder eine Möglichkeit oder irgendwie so etwas. Nein, Zuversicht, ich finde, das ist noch eine Steigerung von Hoffnung. Die Zuversicht, da steckt ja auch schon das Wort Sicht da drin. Ich sehe auf den Herrn. Das ist ein Anblick, ein Aufblicken, ihr Lieben. Das ist also weit mehr als eben nur ein Fürwahr oder Möglichhalten. Nein, ihr Lieben, hier drückt er auf. Meine Zuversicht setze ich auf Gott, der der Herr ist. Und das ist der entscheidende Punkt, ihr Lieben. Das lasst uns auch in diesen Tagen tun, in dieser Zeit, die Zuversicht, die starke auf den ganzen Glauben auf den Herrn setzen. Ja, ich habe auch gehört von, ja, gerade Jugendgruppen. Einen herzlichen Gruß an diese jungen Geschwister, die sich da aufmachen, Einkäufe für ältere Geschwister erledigen, die die Zeitschrift unserer Familie austragen. Och, man kriegt so manche Hinweise, aber nicht nur von Jugendlichen. Kinder sind dabei, auch ihr, die ihr nun schon dem jugendlichen Alter entschwunden seid. Ihr bringt euch ein, ihr Lieben. Aber ist das nicht schön? Ist das nicht großartig, wie Gemeinde jetzt dann auch Leben erweckt? Das vorher auch gar nicht so gebraucht wurde, gar keine Frage. Aber nun, nun ist dieses Leben da. Ich verkündige all dein Tun, die Nächstenliebe, alles das zu tun, ihr Lieben, was vielleicht auch den Einsamen so eine Ablenkung mal gibt, ein Denken, ein Gebet, ihr Lieben. Und lasst uns nie vergessen in dieser Zeit, was der große Gott bislang für uns getan hat. Ja, wenn man in solch einer Krise steckt, dann vergisst man ja alles, was mal gewesen ist. Oder die Gefahr besteht jedenfalls. Dass man diese Dinge vergisst. Nein, ihr Lieben, lasst uns auch immer auf das blicken, was der Herr schon für uns getan hat. Wie großartig ist er mit und bei uns gewesen, ihr Lieben. Das wollen wir jetzt mal nicht vergessen. Sein Tun in zurückliegender Zeit. Sein Tun auch heute verkündigen. Und uns auch einbringen, ihr Lieben, mit unseren Gaben, mit unseren Kräften und mit unseren guten Gedanken. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns beten miteinander. Lasst uns nach vorne blicken. Und lasst uns alle zusammen, ihr Lieben, das Ziel nicht aus dem Auge lassen. Lasst uns dem Herrn vertrauen. Denn dieses Vertrauen wird er auch weiterhin belohnen. Amen. Und dann bin ich auch froh und dankbar, dass auch der Apostel Jörg Steinbrenner heute Morgen unter uns ist. Und er ist gebeten, uns noch zu dienen. In diesen Tagen habe ich auch von einer lieben Glaubensschwester ein Foto bekommen mit einem Bibelfers, ein bekanntes Wort. Wir finden es im Brief des Apostel Paulus an Timotheus im 2. Kapitel, im 2. Timotheus im 1. Kapitel, Vers 7. Und da heißt es, und Gott hat uns nicht gegeben den Geisterfurcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mich hat das sehr angesprochen, dass ich diesen Hinweis bekommen habe. Es hat mich sehr berührt. Wir dürfen Träger des Heiligen Geistes sein. Und wir haben eben nicht den Geisterfurcht. Sicherlich mag jetzt auch in diesen Tagen bei dem einen und anderen eine gewisse Bangigkeit, eine gewisse Sorge vorhanden sein. Infiziere ich mich vielleicht auch ganz persönlich oder meine Lieben? Was wird aus meinem Arbeitsplatz? Wie geht das weiter vielleicht auch mit meiner Abiturprüfung, auf die ich mich vorbereitet habe? Wie wird das alles werden? Da sind sicherlich menschlicherseits manche Sorgen und Befürchtungen, die auch sehr nachvollziehbar und sehr verständlich sind. Und dennoch haben wir nicht empfangenden Geisterfurcht. Wir dürfen darauf vertrauen, der Herr wird alles wohl machen. Wir haben ein Geisterkraft bekommen. Und diese Kraft des Heiligen Geistes möge uns nun auch befähigen, unseren Weg fortzusetzen, voller Glauben und Vertrauen. Und der Herr mag uns auch weiterhin beistehen. Amen. So, ihr lieben Geschwister, nun ist dieser Gottesdienst beendet. Sehr herzlich grüße ich euch alle, ihr Lieben, wo auch immer ihr euch habt versammeln können. Und am nächsten Sonntag, dem 29. März um 10 Uhr, findet wieder von dieser Stelle aus ein Gottesdienst statt. Ja, wie lange das so geht, niemand weiß es im Moment, aber ihr sollt wissen, dass ihr auch versorgt seid und dass wir uns gerne um euch kümmern. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen gesegneten Sonntag. Lasst uns im Gebet miteinander verbunden bleiben und lasst uns auch darum bitten, dass diese Zeit bald überstanden wird. Ich grüße euch alle sehr herzlich, verbunden mit allen Aposteln unseres Arbeitsbereiches. Ich grüße euch sehr herzlich, wünsche euch alles, alles erdenklich Gute und sage auf ein, ja im wahrsten Sinne des Wortes, auf ein Wiedersehen.